hallo und herzlich willkommen zur sechsten folge unseres let's play no man's guy ich vergesse jedes mal den namen ja wir haben kupfer gesucht ich hatte eine basis angefangen aber diese basis auch schon zum teil gebaut gehabt dann gedacht ne kommen dem basis computer den stellst du woanders hinten stellst du in die basis rein habt den einfach abgebaut und dann war die ganze basis weg ja inklusive sämtlicher ressourcen und so weiter und so fort also dumm gelaufen dumm gemacht von mir hätte ich wissen können wusste ich aber nicht aber naja ist halt so ich glaube das brauchen wir noch öfter doch ok schon wieder alle das können wir noch schönes reinpacken silikatpulver nimmt er auch als ladung ja Oh Jut Das heißt Wir Gucken jetzt Wo wir jetzt hier Unsere Raffinerie Ist Die können wir dann Übrigens abbauen So Und da kommt jetzt Kupfer rein Da machen wir mal nur 50 von erst mal Starten So Und jetzt Kommt der Basis Computer Und da Oh, ich bin ein Spongebob. Jawohl. wieder kein kohlenstoff das gibt es doch nicht 18 oder nicht es Okay. Okay. So, ich glaube, das könnte für ein Momentchen erst mal reichen. So, dann gucken wir mal. So, das. Oh, da ist das Schiff. Ach, hier ist es. Hier ist der Computer und so. Oh, da ist das Schiff. 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 So, da kommt jetzt noch einer breiter ran. Und dann noch eine schöne große Basis. Oh, da ist das Schiff. Oh, da ist das Schiff. Oh, da ist das Schiff. Okay. Okay. So, jetzt schweben die nämlich in der Luft. Das heißt, ich werde jetzt beigehen. Da ist nichts mehr drin, außer dem Treibstoff. Werde den jetzt abbauen. Das lassen wir so stehen. Dann gucken wir mal, wo machen wir denn hier die Tür hin? Okay. 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 Und wieder alle. Dann werden die Tür verlaufen. Technologie aufgeladen. das brauche dann mich hinterher nur ein es 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 so jetzt glätten richtig funktioniert das noch nicht aber okay ist jetzt nicht weiter schlimm ich baue eine tür dein und eine tür reines ferrit brauchen wir ok also kommt jetzt erst mal gleich so in dem eingangs bereich dieses dingens boomen serien diese tragbare rafinerie die schlimmer dahin da kommt kohlenstoff rein hier kommt ferrit rein reines ferrit haben wir da magnetisiertes ferrit kupfer dann nehmen wir halt das kommt das hier rein ganz schnell runter ich will da noch 200 von haben ja oder 150 reicht auch da machen wir für riet staub draus denn für irgendwas muss der krempel ja noch gut sein und dann bauen wir da hinten die tür so sehr schön das kommt in den anzug das kommt in den anzug das kommt dahin und dann machen wir dann das reine ferrit raus schwupps sehr gut das ist schön dass ich die nein nicht das sondern da kommt dann noch mal eine tür hin und zwar hatte ich gesagt das jetzt habe ich was falsch gemacht oder nein ist richtig ist richtig alles gut hier rausgehe das war falsch ich hätte sie hier hin bauen lassen vielleicht kann ich da ja irgendwann auch eine treppe ran bauen wenn ich da rausgehe falle ich ein stück runter macht nix aber wie sieht das wieder rein kommen aus ja alles klar kann ich rein habsen gut dann heißt das wende und zwar die normalen wände bitteschön die ihr ok ich brauche kohlenstoff ich würde sagen ist eine schön große basis wo kriege ich am besten am schnellsten jetzt kohlenstoff her ich denke mal so so Was ist das? Ich glaube, ich habe hier in dem Bereich gelandet, wo das langsam aber sicher nichts mehr da ist. Das war ja meine Befürchtung, wenn ich auf diese kleinen Rücken bin, weil der so wenig Vegetation hat. Ja gut, ich sage mal, hier ist auch noch überall was. Also ganz so wenig ist es nicht. Okay. 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 Nein, nicht so. So. Wende So, zu haben was. Jetzt gucken wir mal. Ich würde sagen, ich mache erstmal ein Flachdach. Hallo, nicht nach außen. Wieso setzt er die ständig raus? Wieso springt er dann? Das ist doch doof. Oh, und wieder. Wie kann ich das jetzt abmachen? Ach, Mann. Ich glaube das nicht. Jetzt fühle ich mich aber irgendwie veralbert hier. Wie kann ich solche Teile abbauen? Gut, ich gucke jetzt erstmal, ob wir hier vielleicht sind. Vielleicht wieder mal was haben. Nein, das ist nix. So, dann gucken wir mal. Die Konstruktionsforschungsstation. Da brauchen wir ein Nanorohr und 29 magnetisches Ferrit. Also noch 11. Wieso ist das außer Reichweite? Willst du mich jetzt veräppeln? Ey. Das kann es doch echt nicht sein. Das steht hier neben der Basis und ist außer Reichweite. So, bin ich jetzt dicht genug dran. Ja. Oh, geil. So, Silber. Das Multiwerkzeug, der muss auch aufgeladen werden. Also locker dran. So finde ich es doch nicht wirklich wirklich alles, irgendwie da istно. Also so. Es ist gar nicht gar nicht. Die ist grauen. Die sind ja nie ganz ganz da. Butch nee. Ich glaube nicht alles ist Musik. Ich bin jetzt dran. Das war's für heute. So, das haben wir. Und ich brauche jetzt... Was war das? Nein, nicht das. Magnetisiertes Ferrit. Da gehe ich wieder bei. Dann packe ich das rein. Gewünschter Vorgang Apfelsstoffe Recycline. So, 100 starten. Aber wir sind am Ende dieser Folge. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr euch am nächsten Mal wieder mit dabei seid. Daumen, 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 daumen. Das war's für heute.